Ja, es war eine dumme Woche. Anders kann man es in der Tat, glaube ich, nicht definieren. Wir hatten auf der einen Seite diese vollkommen sinnbefreite Amokfahrt in Berlin. Ein vermeidlich oder angeblich 29-jähriger psychisch kranker fährt mit seinem Auto in eine Menschenmenge, darunter eine Schulklasse aus Hessen und verletzt viele Menschen und tötet mindestens eine Person dabei. Er wurde direkt festgenommen etc. etc. pp. Jetzt geht es wieder seinen üblichen Weg. Er gilt quasi als geistig krank und wird jetzt erstmal eingewiesen. Eine schrecklich sinnlose Tat, die momentan die Medien, egal ob Printmedien, TV oder Radio, ein wenig dominiert. Nahezu zeitgleich haben wir im nordhessischen Treisa, Schwalm-Eder-Kreis, Schwalm-Eder kennen wir so ein bisschen, als fällt die Ecke, geht ein, ich glaube, 56 Jahre alter Mann in einen Supermarkt, zieht eine Pistole und erschießt eine Frau. Mitten im Supermarkt. Als die Tat geschehen ist, war es dicke Schlagzeilen hoch und runter gebetet im Radio, im Fernsehen, in den Printmedien. Als sich am darauffolgenden Tag herausstellt, durch Informationen der Staatsanwaltschaft, dass der Täter keine waffenrechtliche Erlaubnis hatte, somit die Waffe illegal in Besitz hatte, illegal beschafft hatte. Es ist aktuell Ermittlungsgegenstand, wo die Waffe hergekommen ist, wo er sie gezogen hat, wo er sie gekauft hat, von wem. Und plupp, interessiert sich weder die Politik, noch die Medien, noch sonst wer für diesen Fall. Warum auch? Es war ja eine illegale Waffe. Das übliche, heuchlerische, zweigesichtige Spiel. Wäre dieser Fall in Treisa von einem Sportschützen oder Jäger verübt worden, da hätte man Zeta und Mordi gespringen. Man hätte uns mal wieder offen an eine Prange gestellt, als Sportschützen, Jäger, Waffengesetzverschärfung, das kann so nicht sein, warum dürfen die immer noch Waffen besitzen, bladibladiblub. Aber nein, es war eine illegale Waffe. Und der Täter hat wohl diese Frau gestalkt, es war eine erweiterte Beziehungstat. In diversen Facebook-Gruppen spricht man von Femizid. Nein, es war schlicht und ergreifend ein heimtückischer Mord. Mord. Nichts Femizid. Mord. Ganz einfach. Man muss es nicht anders bezeichnen, als das, was es ist. Es war einfach nur ein Mord. Hat sich eine Waffe besorgt, ist geplant, in den Supermarkt gegangen, hat diese Frau aufgesucht und hat sie getötet. Das erfüllt in meinen Augen, ich bin aber kein Jurist, alle Bestandteile, die einen Mord ausmachen. Ganz einfach. Aber, weil, wie gesagt, Waffe illegal, interessiert es mich. Und das kotzt mich zunehmend echt an. Es passieren sehr, sehr wenige Taten mit legalen Schusswaffen. Sobald es aber jemand gewesen ist, der vermeintlich auch nur aus dem Dunstkreis der Sportschützen oder Jäger gekommen ist, wie jetzt zum Beispiel jemand, der vielleicht mal im Kindesalter im Schützenverein gewesen ist, im Jugendalter im Schützenverein gewesen ist, er muss keine Waffen besitzen. Er war Sportschütze. Er hat das Töten in einem Verein gelernt. Das ist das Framing, das verwendet wird. Der Schützenverein oder die Jagd dient den Medien als Framing, das Töten zu lernen. Denkt mal ein bisschen drüber nach, insbesondere die von euch, die keine Waffen besitzen, die keine Sportschützen sind. Denn das ist eine ganz, ganz klare, heuchlerische, zweideutige Berichterstattung. Wie gesagt, ich bin vorhin gerade mal kurz die Medien durchgegangen. Ich finde nichts mehr nennenswert über den Fall in Treiser, weil, wie gesagt, illegal. Auch dieses Thema in Heidelberg, Anfang des Jahres, ihr erinnert euch, der 18-jährige Bub, der sich in Zweitwohnsitz in Österreich besorgt, käuft sich da ein paar Waffen, überführt diese Waffen illegal, weil er war zu jung, er durfte sie ja nicht besitzen, laut deutschem Waffenrecht, nach Deutschland, geht nach Heidelberg in die Uni und erschießt ein Mädchen. Interessiert heute auch kein Mensch mehr, weil die Waffen waren illegal. Die Waffen wurden noch nicht mal in Deutschland beschafft. Und der Täter hatte gar keinen Dunstkreis um sich herum, was irgendwie mit legalem Waffenbesitz zu tun hatte. Oder mit dem sportlichen Schießen oder der Jagd. Ergo illegale Waffen. Ergo interessiert die Medien nicht, weil nicht blutrünstig genug, bringt keine Schlagzeilen und, ganz wichtig, ich habe keinen Sündenbock. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Ergo. Vielen Dank.